Simon Mobile, dein Mobilfunk-Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. In der Nacht zum vergangenen Sonntag hat Iran Israel direkt angegriffen und damit die Lage im Nahen Osten noch explosiver gemacht, als sie ohnehin schon ist. Unser Hörer Lukas Hummel hat uns dazu folgende Frage geschickt. Die Rollenverteilung in der Berichterstattung ist eindeutig. Iran ist der Aggressor und Israel das Opfer, welches vom Westen unterstützt werden muss. Wie kommt es in Politik und Medien zu diesen klaren Rollenzuweisungen und wie es diese zu rechtfertigen? Israel hat Anfang des Monats eine iranische Botschaft angegriffen. Der Angriff forderte 13 Todesopfer. Ist dies nicht als Erstschlag zu werten und damit die Rollenverteilung weit weniger klar als in der Berichterstattung suggeriert wird? Interessante Frage von Herrn Hummel, aber ich möchte dem Hörer in einem widersprechen, dass immer der Iran als Aggressor beschrieben wird, wenn man sich anguckt, Fernsehsender zum Beispiel in der arabischen Welt oder auch in der persischen Welt oder in Pakistan. Ich hatte mal neulich Gelegenheit, zwei Stunden lang in Jordanien herumzusitzen und Fernsehen zu gucken. Dort ist eigentlich eingeschliffen das Narrativ, dass Israel der Aggressor ist. Also da würde ich davor warnen, unsere deutsche Wahrnehmung absolut zu setzen. So und was ist da passiert? Es gab diesen Schlag, den der Hörer beschreibt. Israel hat in Syrien eine diplomatische Einrichtung des Iran angegriffen, in der aber führende Offiziere der Revolutionsgarden sind. Also Männer, deren Geschäft es ist, Terrorismus zu planen. Weil der Iran hat sich ja so aufgestellt, dass der um Israel herum Gruppen hat wie die Hezbollah oder die Hamas oder im Jemen die Hussis, die sozusagen von Iran ausgebildet, angeleitet und mit Waffen und Mordinstrumenten versorgt werden gegen Israel. Und die Vorstellung, die der Iran hat, ist etwas zugespitzt gesagt, wir lehnen uns zurück und lassen diese Proxys, sagt man heutzutage, sozusagen Krieg gegen Israel führen. Und die Reaktion Israels ist, nein, wir wissen, wer von euch das plant und wir tragen den Krieg zu euch. Dies gesagt habend ist es natürlich nicht unproblematisch, so eine Einrichtung wie eine Botschaft anzugreifen. Also das birgt tatsächlich ein Eskalationspotenzial. Und das ist aber Teil ja nur einer Eskalation, die schon viel länger geht. Und das ist auch vielleicht gut, das mal zu erklären, weil man dieser Gegensatz Israel-Palästinenser ist ja dominierend in der Berichterstattung. Das eigentlich Interessante der vergangenen Jahre war der Gegensatz des Iran und seiner arabischen Nachbarn. Also der Iran, ein von einem schiitischen Regime gelenktes Land, Persien, gegen arabische Länder, die sunnitisch sind. Und diese arabischen Länder, Saudi-Arabien, die anderen Golf-Länder, haben mittlerweile viel, viel mehr Angst vor einem nuklear bewaffneten Iran, als sie jemals vor Israel hatten. Und mit dem schlimmen Terror der Hamas, das war auch ein Versuch, die arabische Straße wieder aufzuputschen, um diese arabisch-israelische Annäherung zu gefährden. Und wenn man jetzt schaut, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, in der letzten Woche, wo der Iran direkt Raketen-Marschlugkörper-Drohnen schickt auf Israel und ein Teil davon von arabischen Ländern abgefangen wird, zum Beispiel von Jordanien, dann ist das bemerkenswert, dass dieser Plan des Iran über das Leid der Palästinenser wieder einen arabisch-israelischen Gegensatz zu manifestieren, vielleicht gar nicht aufgeht. Weil es tatsächlich so ist, dass viele arabische Eliten, arabische Regierungen mittlerweile vor allen Dingen Angst haben vor Iran. Eine Frage für Dagmar und zwar von unserem Hörer Jakob Pfannkuch. Ein sehr schöner Name. Jakob Pfannkuch möchte wissen, Medienberichten zufolge will die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Veranstaltung der Grünen-Bundestagsfraktion zur Verabschiedung von Jürgen Trittin aus dem Bundestag teilnehmen und dort eine Rede halten. Was sagt das über die ehemalige Bundeskanzlerin aus, die seit dem Ende ihrer Amtszeit der CDU die kalte Schulter zeigt? Oder trügt dieser Eindruck, will Jakob Pfannkuch wissen. Also in ihrer Amtszeit konnte Angela Merkel Schwarz-Grün in der Praxis ja nie verwirklichen. Ich habe den Eindruck, jetzt tut sie es symbolisch in ihrem Ruhestand. Über Merkels Jahre als Kanzlerin hat es bei den Grünen ja auch immer geheißen, da wird eine eigentlich grüne Politik gemacht, ohne dass wir Grünen an der Regierung beteiligt sind. Und ja, vielleicht war da manchmal mehr Nähe zwischen Merkel und den Grünen als zwischen Merkel und ihrer Partei. Dass die Altkanzlerin aber ausgerechnet bei der Verabschiedung von Jürgen Trittin sprechen wird, das ist schon bemerkenswert. Denn es war doch Jürgen Trittin, der eine schwarz-grüne Koalition platzen ließ. Also so wird es ja zumindest im politischen Berlin erzählt. Wir gehen mal zurück. Es ist der 16. Oktober 2013. Union und Grüne sondieren nach der Wahl für eine Koalition. Und die Union ist offenbar bereit, den Grünen Koalitionsgespräche anzubieten. Also so hat es zumindest Wolfgang Schäuble mal erzählt. Und als Jürgen Trittin, der ja damals Spitzenkandidat der Grünen war, bewusst geworden sei, das könne ja zu einer Koalition führen, so Schäuble, habe er dann eingegriffen. Und Angela Merkel soll zu den Grünen damals gesagt haben, es gibt Situationen in der Geschichte, da ist ein Fenster auf oder eine Tür und die ist dann wieder zu. Und ich glaube, heute haben sie eine Chance verpasst, durch eine offene Tür zu gehen. Die Tür der Bundestagsfraktion der Grünen steht ihr nun zumindest offen. Und dass Merkel zugleich zu ihrer eigenen Partei auf Distanz geht, das ist tatsächlich so. Also sie hat ja den Ehrenvorsitz abgelehnt. Sie wird nicht auf dem Bundesparteitag im Mai der CDU erscheinen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ausgestiegen aus dem Vorstand. Genau. Und Robin, dass sie nicht zum Parteitag der CDU erscheint, wo ja das neue Grundsatzprogramm verabschiedet wird und sich die Partei ja auch ein Stück weit versucht, neu zu erfinden, ist doch eigentlich gar keine so schlechte Nachricht für die CDU. Weil auch die CDU geht ja auf Distanz zu Merkel und zumindest ihren letzten Regierungsjahren, die ja auch viel mit der aktuellen Energie- und Migrationsproblematik zu tun haben. Und das sieht nicht nur die Ampel ja so, die immer wieder darauf rekurriert, dass Deutschland in der jetzigen Lage auch ist, weil Merkel vieles versäumt oder falsch gemacht hat. Und das sieht ja gar nicht nur die Ampel so, sondern auch die Merz-CDU. Da bin ich anderer Meinung als du. Ich glaube, dass Merz eigentlich Angela Merkel braucht. Gerade weil er so viele Kurskorrekturen macht. Und er macht ja tatsächlich Kurskorrekturen in der Migrationspolitik ganz deutlich, aber auch in der Energiepolitik. Also eigentlich hat die CDU mit dem neuen Grundsatzprogramm anerkannt, wir haben in der Merkel-Zeit dramatische Fehler gemacht, Atomausstieg, Grenzöffnung und so weiter. Aber idealerweise würde Merkel dies absegnen. Und zwar in der Form, dass Merz den Kurs ändern würde, ohne zu verbalisieren, Merkels Kanzlerschaft war gar nicht so toll. Also man würde das Narrativ aufrechterhalten, das sind 16 gute Jahre, obwohl man den Kurs teilweise rückabwickelt. Und Merkel müsste dazu sitzen und lächeln. So würde das in einer funktionierenden Partei sein. Das wäre das Ideal, wo eigentlich auch, gerade wenn man jetzt überlegt, die CDU mit diesem Verständnis, wir sind eigentlich fast mehr eine Familie als eine Partei und so. Also das, glaube ich, wäre besser, wenn die das so hinkriegen würden. Und das Interessante ist ja, dass immer Merz auch, dafür gab es ja auch Anzeichen, also gar nicht aus der Luft gegriffen, vorgeworfen wurde, er wäre so gekränkt und er würde nicht zurück zu Merkel finden. Und jetzt sieht es ja so aus, dass er immer Schritte geht. Also er sagt ja, wenn sie zu ihrem Geburtstag eine CDU-Veranstaltung haben will, wir organisieren das gerne und wir machen das genau wie sie. Und selbstverständlich wird sie zum Parteitag eingeladen. Also er streckt eine Hand nach der anderen aus, aber sie ist irgendwie zu beleidigt, die zu ergreifen. Oder sie sieht es auch nicht so, dass sie Fehler in ihrer Regierungszeit gemacht hat. Ja, aber auch selbst das könnte man ja mit einem vernünftigen Wording aushalten. Ja, also man könnte ja aushalten, dass man bestimmte Dinge anders sieht. Vor allen Dingen, weil er immer gesagt, also das ist doch klar, Merz wird doch nicht sagen, 16 Jahre wäre ein Mist, wir machen eine riesen Vergangenheitsbewältigung, sondern er würde ja sagen, es geht jetzt um die Zukunft. Und das andere ist sozusagen en passant. Aber eine Ironie noch bei Jürgen Trittin, und das fand ich so witzig, weil seit Merkel im Ruhestand ist, tritt sie ja in besonderen Kontexten auf. Also denk mal, diese Veranstaltung im Berliner Ensemble, das alte Theater von Bertolt Brecht, moderiert von Alexander Osang, also einem linken Journalisten. Und ihr kleines Buch da mit ihren Ostreden ist auch in einem linksliberalen Verlach erschienen. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, die Kanzlerin erfindet sich im Ruhestand als linksliberale neu. Und die CDU als Partei Rechtsmitte. Ja, aber die CDU war immer eine Partei, also hätte immer sein sollen. Genau, unter Merkel war sie eher eine sozialdemokratische Partei. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, die Bundeskanzlerin erfindet sich im Ruhestand, sie hat ja auch erst sehr spät in der Kanzlerschaft so Feminismus gefunden, aber egal. Also er findet sich im Ruhestand als linksliberale neu. Da passt ja eigentlich Jürgen Trittin gar nicht rein. Weil man kann Jürgen Trittin viele Vorwürfe machen, aber nicht, dass er ein linksliberaler wäre. Er ist schon ein richtig echter, harter Linker, immer geblieben. Und deshalb ist das wirklich eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Robin, eine Entwicklung, über die unser Hörer Hans-Peter Jön etwas wissen möchte, ist, wie kommt man eigentlich in den Flieger des Kanzlers? Also seine Frage lautet, wonach werden die Journalisten, die den Bundeskanzler nach China begleiten, ausgesucht? Muss man sich dafür bewerben oder geht es nach Auflagenstärke der Zeitung oder Reichweite der Sender? Werden auch ausländische Medienvertreter mitgenommen? Also bewerben muss man sich schon, wenn diese Reisen, das ist nicht nur Kanzler, auch jetzt Robert Habeck ist ja gerade in Kiew und fliegt auch bald nach China oder Annalena Baerbock ist immer unterwegs. Also wenn die Regierung diese Reisen macht, dann geht da ein Mitreiseaufruf, wo man sich als Medium bewerben kann. So und wie das ausgewählt wird, weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht dabei bin. Aber ich kann sozusagen aus Erfahrung ein bisschen begründet spekulieren. Ich glaube, dass die versuchen, so eine Mischung aufzustellen. Also da sind immer ein paar Nachrichtenagenturen dabei, dann Fernsehen, Radio und große Zeitung. Und dann gucken die Öffentlich-Rechtliche und ein paar Leute von privat geführten Verlagen. Und das ist eigentlich auch immer ungefähr gleich. Es gibt so eine kleine Verschiebung bei Olaf Scholz. Jetzt ist die Taz dabei. Die sehr geschätzte Kollegin Anna Lehmann von der Taz, Scholz-Beobachterin, ist auf so Reisen dabei. Das hatte es bei Angela Merkel nicht gegeben. Wobei ich mich ja frage, ich weiß noch, wie schlecht die Taz bezahlt, wie können die sich das eigentlich leisten? Weil das muss man nämlich immer als Redaktion bezahlen. Das ist nicht umsonst. Und bei Scholz ist es so, es sind ein bisschen mehr Leute und der Pool fluktuiert ein bisschen mehr. Und es sind prinzipiell deutsche Medien, wobei da gibt es so Zwischenfälle. Oder zum Beispiel gibt es auch Kollegen von Blumenberg, die dabei sind. Eine Frage für Dagmar von unserer Hörerin Barbara Walter. Die AfD wurde vom Verfassungsschutz als, Zitat, gesichert rechtsextrem oder gesichert extremistisch, Zitat Ende, eingestuft. Ich glaube, dass ich beide Begriffe in den Medien gehört habe. Was ist das für eine Kategorie? Gibt es da eine Art Abstufung? Also so ähnlich wie bei Schulnoten, will Frau Walter wissen. Also erstmal, es sind drei AfD-Landesverbände, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden sind. Und gleiches gilt bundesweit für den Jugendverband der AfD, die junge Alternative. Die Bundespartei wird seit dem Februar 2021 als Verdachtsfall geführt. Und damit sind wir dann tatsächlich bei der Kategorisierung. Also es gibt insgesamt drei Kategorien, wenn es um extremistische Bestrebungen geht. Und extremistische Bestrebungen, auch das sollte man einmal sagen, werden definiert als Aktivitäten mit der Zielrichtung, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen. So, die erste Kategorie ist der sogenannte Prüffall. Und hierbei wird, vereinfacht gesagt, vorgeprüft, ob es überhaupt genügend Anhaltspunkte für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz gibt. Und da kann der Verfassungsschutz lediglich auf Informationen zurückgreifen, die offen zugänglich sind. Also das sind Zeitungsartikel oder Internetauftritte. Es können auch öffentliche Äußerungen der beteiligten Personen sein. Und wenn sich daraus genug Anhaltspunkte ergeben, dann geht man in die nächste Stufe. Das ist der Verdachtsfall. Und ab dieser Einstufung schon darf der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Also er darf zum Beispiel V-Leute einsetzen. Und dann kommt die dritte Stufe. Und das ist das Vorliegen einer gesichert extremistischen Bestrebungen. Und in diesem Moment hat sich der Verdacht dann ja schon so weit verfestigt, dass aus Sicht der Behörde keine Zweifel mehr am Vorliegen extremistischer Bestrebungen bestehen. Also das sind diese drei Kategorien. Was man auch sagen muss, es hat keinerlei Auswirkungen, ob eine Partei als gesichert extremistisch eingestuft wird, auf die formelle Wählbarkeit der Partei. Das sehen wir ja in Thüringen, wo jetzt die AfD antritt mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke. Und eine Partei muss es auch nicht einfach hinnehmen, dass der Verfassungsschutz sie als extremistisch einstuft. Man kann dagegen klagen. Das hat die AfD getan. Die Bundespartei hat vor dem Verwaltungsgericht in Köln im März 2022 diese Klage verloren. Und derzeit liegt sie beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Und da steht jetzt eine Entscheidung aus. Sag mal, Dagmar, da ist etwas, was ich dich sowieso in diesem Zusammenhang fragen wollte, weil mich deine Einschätzung als erfahrene Journalistin interessiert. Dieses Abheben auf den Verfassungsschutz, ist es wirklich clever? Weil ich meine, vor ein paar Jahren hat der Verfassungsschutz auch noch Bodo Ramelow beobachtet. Dann wurde der Ministerpräsident. Also ich habe gar keinen Zweifel, dass die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes... Und Bodo Ramelow hat ja auch gegen die Beobachtung geklagt und gewonnen. Ja, aber er ist ex-Bost, also Jahre später. Aber ich zweifle gar nicht daran, dass der Verfassungsschutz seine Arbeit richtig tut. Aber müssten wir als Journalisten uns die Meinung nicht selber bilden und begründen und dem Leser, Hörer, Zuschauer vortragen, statt dass wir sozusagen so ein Etikett einer Behörde hochhalten? Aber Robin, das genau ist ja die Aufgabe des Verfassungsschutzes, den man nicht umsonst das Frühwarnsystem der Demokratie nennt. Und die Aufgabe ist es ja, Gefahren für das demokratische System abzuwehren. Und insofern finde ich es richtig, dass wir uns als Journalisten auch auf den Bericht des Verfassungsschutzes stützen. Das entbindet uns ja natürlich nicht von den eigenen Recherchen. Und es ist ja sogar, wie ich gesagt habe, am Anfang so, wenn es um den Prüffall geht, dass der Verfassungsschutz sich auch auf uns Journalisten verlässt. Weil da sind seine Quellen unter anderem Zeitungsberichte. Ja, aber dann wäre es ja sogar ein Zirkelschluss. Wieso ein Zirkelschluss? Naja, ein Beamter... Wir liefern Anhaltspunkte. Ein Beamter liest unsere Texte und macht ein Etikett drauf, das wir zitieren. Es liefert dem Beamten die Anhaltspunkte. Es ist ein Teil der ersten Schritte des Prüffalles, daher ja auch der Name. Und es wird ja noch mehr herangezogen als nur unsere Berichte. Es wird ja geguckt, was ist in den Parteiprogrammen zu finden. Es wird geguckt, was ist in den Internetforen zu finden. Es wird geschaut, welche Aussagen treffen die einzelnen Politiker. Und wenn das genug Anhaltspunkte bietet, dann erst kann er ja, der Verfassungsschutz überhaupt zu sein, nachrichtendienstlichen Mitteln greifen. Und ich finde es richtig, Parteien, die die Gefahr bergen, einen Systemumsturz zu wagen oder unser demokratisches System zu gefährden, vom Verfassungsschutz dann auch beobachten zu lassen. Also ich bin da immer noch unentschlossen. Also ich hatte immer die Vorstellung, das ist so, nehmen wir den NSU, also Leute, die tatsächlich im verborgenen Terror planen. Oder nehmen wir auch diese Reichsbürger hier, Alfons, der Viertel vor Zwölfte, die da sich zum Putsch verabreden. Oder meinetwegen auch klassisch islamistische Terrorzellen oder Linksextreme. Also Leute, die im Verborgenen arbeiten. Dass da die Demokratie auch mit geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Mitteln das aufklärt. Das ist ja klar. Aber das, was in der Öffentlichkeit stattfindet, also um zu bewerten, was ein Björn Höcke im Thüringer Landtag erzählt, da brauche ich doch keinen Verfassungsschutz. Da kann ich Götz Ali anrufen, der mir als Historiker erklärt, wo der Anschluss zu den Gedanken des Dritten Reiches sind. Aber das muss doch im Diskurs stattfinden. Dafür brauche ich doch keinen Beamten, der in Berlin oder in Pullach oder sonst wo sitzt und sich auch nur eine Meinung bildet, oder? Der Beamte kann ja danach weitere Schritte gehen. Und du sagst ja, wie bei anderen Organisationen, wenn es darum geht, was findet eigentlich im Verborgenen statt? Was findet jenseits des Öffentlichen Gesagten statt? Darüber informiert zu sein, finde ich wichtig. Jetzt eine Frage von David Schroth. Wann kommt der bezahlte Vaterschaftsurlaub? Wann liefert die Ampel bzw. die Familienministerin Lisa Paus die versprochene Familienstaatzeit? Woran hängt es? Über diese Frage freue ich mich besonders, weil David Schroth ist ein treuer Freund unseres Podcasts und hat die schöne Angewohnheit, mir einmal im Jahr eine Mail zu schreiben. Am 24. Januar, das ist nämlich der Tag des heiligen Franz von Saales, des Schutzpatrons der Journalisten. Und Herr Schroth ist ein katholischer Theologe, der jetzt aber Vater wird und deshalb nach dem Vaterschaftsurlaub fragt. Ist das nicht schön? Das ist sehr schön. Wir gratulieren Herrn Schroth schon mal zum Nachwuchs. Und Frau Schroth. Genau, allen beiden, da gehören immer zwei dazu. David und Sarah Schroth. Jetzt wünschen wir David Schroth, dass er Vaterschaftsurlaub nehmen kann. Es hängt nur an Lisa Paus. Nein, Lisa Paus ist ausnahmsweise nicht die Böse, sondern Christian Lindner. Weil Deutschland hätte schon längst den Vaterschaftsurlaub einbringen müssen. Es gibt sogar eine EU-Richtlinie, die das zwingend vorschreibt. Und das ist von Frau Paus auch alles vorbereitet worden. Sie hat es zwar politisch korrekt in Familienstaatzeit umbenannt, aber darüber wollen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens legen. Also der Vaterschaftsurlaub, der ja heißt, dass wenn ein Kind geboren wird, auch der Vater zwei Wochen zu Hause bleiben darf und der Mutter helfen kann, der hängt in der Ressortabstimmung, weil... Wobei Urlaub ja auch eine sehr seltsame Bezeichnung dafür ist, sich um einen Säugling zu kümmern. Okay, dann heute ist Lisa Paus Tag in Machtwechsel nachgefragt. Frau Paus hat recht, es soll Familienstaatzeit heißen. Und Frau Paus hat auch recht, der Lindner soll das endlich genehmigen, weil Christian Lindner blockiert das in der Ressortabstimmung mit der Begründung, man habe doch ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft beschlossen. Die Wirtschaft dürfe nicht weiter belastet werden. Auch nicht davon, dass junge Väter zehn Tage zu Hause bleiben. So, und jetzt haben wir in Person unserer geschätzten Kollegin Sabine Menkens neulich einen großen Rundruf in der angeblich so belasteten Wirtschaft gemacht. Und was kam dabei heraus? Du erinnerst dich, weil du hast das alles angeleiert. Dabei kam heraus, dass ganz viele Unternehmen von sich aus schon Familienstaatzeit auch für Männer gewähren. Also, Herr Lindner, werfen Sie Ihr Herz über die Hürde, damit David Schroth Vaterschaftsurlaub machen kann. So, und am Ende dieses Podcasts wirft Robin nicht sein Herz über die Hürde, aber sein letztes Wort. Worüber wirfst du es, Robin? Mir fällt gerade gar kein Vergleich ein. Es hätte so schön sein können. Aber Robin, komm, du hast das letzte Wort. Wir machen es einfach. Ich habe noch einen Spruch vom heiligen Franz von Saales, weil ich mir die letzte Mail von David Schroth rausgesucht habe. Der heilige Franz von Saales sagte, gib dir jeden Tag eine Stunde Zeit zur Stille. Außer wenn du viel zu tun hast, dann gib dir zwei. Und ich meine, gibt es was Schöneres für den Sonntag, Dagmar? Der Rest ist Schweigen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.